Ich feiere momentan einen bestimmten Duft, den ich in den letzten Tagen sehr oft getragen habe. Deswegen werde ich den jetzt stylen und euch das passende Outfit zeigen. Starten wir mit diesem bunten Kleid von All Saints. Dazu dann diese blauen Schuhe. Und da ist auch schon der Duft Flight to Miracle von HFC. Der Duft riecht nach einer würzigen, süßen Mandarine mit Ylang Ylang, mit pinker Pomelo und mit rosa Pfeffer. Und im Dry Down wird es dann auch cremiger mit Cashmere. Also insgesamt süßfruchtig und für mich hat der Duft die Farbe Orange bzw. auch so ein bisschen bunt. Und deswegen auch mein Kleid. Dann geht es noch an den Schmuck ein bisschen dezenter heute. Diese Kette habe ich im Saber H&M gefunden, meine Ohrringe und Ringe. Und weil der Duft für mich die Farbe Orange hat, natürlich auch noch eine orangefarbene Bag. Ich habe zwar nur eine, aber ja, ready ist der Look und danke fürs Zuschauen.